In diesem Video geht es um die Geschichte Israels. Ich erkläre dir die wichtigsten Ereignisse bis 1919. Die Wurzeln Israels reichen weit zurück bis in die biblische Zeit. Laut biblischer Überlieferung führte Moses das israelitische Volk aus der ägyptischen Sklaverei und sein Nachfolger Joshua eroberte das Land Kanaan, welches später als Israel bekannt wurde. Über die Jahre etablierten sich hier verschiedene Königreiche, darunter das Vereinigte Königreich unter Saul, David und Salomo, sowie die getrennten Königreiche Israel und Judah nach der Trennung. Nach einer langen Phase unter assyrischer, babylonischer und persischer Kontrolle erlebte die Region eine Hellenisierung unter Alexander dem Großen im 4. Jahrhundert vor Christus. Die jüdische Gemeinschaft spaltete sich in verschiedene Gruppen und es gab Aufstände gegen die hellenistische Herrschaft, die schließlich in der hasmonäischen Unabhängigkeit mündeten. Die römische Eroberung im 1. Jahrhundert vor Christus brachte eine andere Form der Verwaltung und Herrschaft mit sich. Während dieser Zeit wurde Herodes der große König und baute den zweiten Tempel in Jerusalem. Die römische Herrschaft führte auch zu vielen jüdischen Aufständen, darunter der große jüdische Aufstand, 66 bis 73 nach Christus und der Bar-Kochbar-Aufstand, 132 bis 135 nach Christus. Nach dem Fall des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert kam die Region unter byzantinische Kontrolle. Im 7. Jahrhundert eroberten muslimische Armeen das Gebiet und integrierten es in das expandierende Islamische Reich, was zu einer langen Periode islamischer Herrschaft führte. Die Kreuzzüge im 11. und 12. Jahrhundert brachten eine kurze christliche Herrschaft, aber die Region wurde schließlich von den Mamluken erobert, die die Kontrolle bis zum Einfall der Osmanen im Jahr 1517 behielten. Unter osmanischer Kontrolle erlebte das Gebiet eine relative Stabilität und Entwicklung. Die Osmanen regierten das Gebiet bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Während dieser Zeit gab es verschiedene Verwaltungsänderungen und eine allmähliche Modernisierung des Gebiets. Im 19. Jahrhundert begannen europäische Mächte, insbesondere Großbritannien und Frankreich, Interesse an der Region zu zeigen. Gleichzeitig entstand die zionistische Bewegung, die eine jüdische Heimstätte in Palästina anstrebte. Der erste zionistische Kongress fand 1897 statt und legte den Grundstein für die weitere Entwicklung des Zionismus. Die Balfour-Deklaration von 1917 war ein bedeutender Meilenstein, da sie die Unterstützung Großbritanniens für die Einrichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina erklärte. Dies war ein bedeutender Schritt zur Realisierung der zionistischen Ziele. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 und dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches kam Palästina unter britische Kontrolle. 1919 wurde die erste Palästina-Konferenz abgehalten, die die Weichen für die zukünftige politische Gestaltung der Region stellte und den Weg für das britische Mandat über Palästina ebnete. war entsprechende Tisch bei einer eigenen 베СТINawat her. Aberheester, der schönste Tal aus der Lage ist, etwas eingegangen wird. 4